Hallo Freunde, es ist Fingst-Sondag, der 9. Juni 2019. Wir sind hier in Bad Herfeld. Viel Spaß beim Video angucken, liked das Video, abonniert den Channel und wir sehen uns. So, quasi Feierabend. Auf Fahrrad war ich unterwegs. Fast jede zweite Frage hat sich um den Solarventilator gedreht. Ein paar Männer musste ich von der Stadthalle hoch zum Bergplatz losen. Und das Ganze auf Englisch. Schau, dass wir jetzt hier beim Bild ziehen. So, sack. Der Stadthalle kommen noch gleich zur Stadthalle. Jetzt fahren wir schneller. die solarauflade station hat das smartphone während der fahrt zu laden aber jetzt wollte ich nur die angestellten am marktplatz helfen die ersten regentropfen schau mir jetzt noch mal durch rein und los aber neben war noch ein riech das ist alles nicht wir machen hier jetzt mal kurz übergangen zum abonnent den general bitte ihr werdet es nicht freuen polizeibistos heute abend ronker monate da kann ich nicht so viel filmen und so wir sehen was ich mache kurz vor allem dann feierabend zum vorbildlichen mobilen informationsstand gehört natürlich das ausführliche programm dann die kurzform den lageplan und von heute genehmige ich mir ein riesling trocken zum wohl da heute kommt bei fragt mich ich kann euch jetzt noch fragen soweit ich so kann über dinge die ich nichts weiß kann ich nix sagen Untertitelung des ZDF für funk, 2017